jo leute und willkommen zu einem neuen video ja wie ihr seht heute nicht in meinem zimmer sondern draußen und ja leute dieses video ist jetzt nur kurz also eine kurze mini ankündigung weil morgen bin ich bei kenway und dann drehen wir beide ein video einmal für meinen kanal zocker boy und einmal für seinem kanal kenway also könnt ihr es abchecken morgen wenn es dann online ist und ja leute dann würde ich sagen bis morgen zocker boy game over